Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Ups, du hast recht, Tatsache. Und das war gar keine gute Idee. Richtig, die ganzen einzelnen Zellen und die Zellen vor allen Dingen. So, da können sie ja schon mal anfangen. Jut. Ups. Nach da, nach da, nach da, nach da. Ich habe Tatsache bei den Proto-Zellen die Türen vergessen. Gar nicht gut. Und die Büros brauche ich noch. Büro. Sehr gut. Dann brauche ich natürlich Personal-Türen. Okay. So. Sehr schön. Ups, was ist denn hier hinten los? Warum habt ihr denn keine Lampen abbekommen? So. Das heißt, wir sagen, wir nehmen keine Niedrigen an. Und wir brauchen Zellen. Wie viele? 72. Wow, Respekt. Okay. Überwachungsstationen. Das brauchen wir später. Das brauchen wir noch nicht. Wir brauchen erstmal Personal. Ein paar Wachen, die hier rumrennen. So. Sehr gut. Ach, die Rezeption. Ach, die Rezeption. Ja, Rezeption. Rezeption. Da ist sie doch. Die braucht ein Prilltisch. Tisch. So. Äh, ein paar Tische. Ah. So. Und Stühle. Sehr gut. Dann hätten wir die nämlich auch schon mal. Kantine, Küche, Läufe. Küche. Ah. Direktor. Büro-Tisch mit einem Meck. Ich hab's gesehen. Hier, Säcke. Viel zu teuer, die Kisten. Kann man was billigeres kaufen. Das funktioniert auch. So. Gut. Kommt, Leute, bauen. Das ist ein ganz schönes Stückchen zu laufen, ne? Einer. Benötigt Büro. Wo tue ich mir ja so leid. Da kommt der Tisch. Und wir brauchen vor allem einen Hausmeister. Oh Gott, das war dämlich. Felix, das war einfach nur dämlich, was du jetzt gemacht hast. Akten, Akten, Akten. Meck, meck, meck. Stuhl, Stuhl, Stuhl. So. Der hat jetzt sein Brötchen. Das heißt, wir können... Ne, Finanzen brauchen wir nicht. Wir brauchen... ...Wartung. Danach Finanzen. Danach Sicherheit. Danach Gesundheit. Danach Psychologie. Danach Ausbildung. Danach Recht. Danach Mikro-Management. Danach Gefängnisregeln. Ah, wir brauchen nämlich alles. So. Das hat uns sozusagen nichts gekostet. Okay. Sehr gut. Was ist denn jetzt hier? So. Das heißt, in zehn Stunden kommen unsere ersten Gäste. Und dann wird's lustig. Tja. Ich überlege gerade, was kann ich denn in der Zeit noch machen? Was könne ich machen? Ich könnte vielleicht mal den Anlieferungsraum vernünftig gestalten. Warte mal. Wir machen den mal weg. Okay. Das hier alles ist jetzt Anlieferungsraum. Bis da. Und nicht weiter. Und Müllraum kann mal irgendwo weiter nach unten. Der Müll stinkt nämlich wahrscheinlich. Das ist jetzt der Müllraum. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der sauber macht. Alter. Äh. Wie sieht das denn aus? Er macht Wartung zuerst. Sehr gut. Das heißt, den können wir in zwei Stunden sein Büro geben. Dann können er Hausmeister nachgucken. Und dann. Achso. Ja. Ich sollte vielleicht noch. Ach. Das kann ich noch gar nicht setzen. Okay. Gut. Die sollten sich jetzt eigentlich erstmal normal verhalten. Äh. Achso. Ja. Ich kann sie immer noch nicht setzen. Gut. 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 Äh. Komm. Mach das Ding frei. Eine Stunde. Gut. Ich hoffe, dass das dann gut geht, Alter. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich wüsste es jetzt. Ich könnte ja mal in die Zuschüsse gucken. Bauen Sie eine Dusche. Bauen Sie einen Hof. Ich habe einen Hof. Achso. Ich habe den Hof noch nicht markiert. Räume. Hof. 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 Das Ding ist freigeschaltet. Moment. Personal. Vorarbeiter. Vorbearbeiter. Übersteckt das Tagesbudget. Wie viel kriegt der denn, Alter? 200 pro Tag. Geht doch. Ich brauche den nämlich. Dann nehmen wir halt das Büro. Hinten wir. Äh. So. Das heißt, er kann schon mal anfangen. Reinigung. Ah. 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 Gut. Äh. Die Höfe. Hof. Gut. Sehr gut. Äh. Bing, bing. Achso. Das ist das, was er fertig gemacht hat. Dann brauche ich mal kurz eine Verwahrungszelle. Dafür brauche ich, glaube ich, einen Tisch oder nur so. Und eine Dusche. Fuck. So. Ganz einfach. Verwahrungszelle braucht eine Toilette und eine Bank. Eine Toilette und eine Bank. Keine Sau braucht mal Verwahrungszellen heutzutage. Das ist einfach nur kaputt, das System. Damit gilt das nämlich. Ne. Objekte. Gut. Damit hätten wir das vor... Achso. Das muss alles gleichzeitig herrschen. Fuck. Weg. Ich dachte, wir könnten das wieder weg machen. Äh. Das heißt, wir brauchen doch nochmal gerade den Tisch und auch... Doch gerade nochmal die Toilette. Und wir brauchen nochmal ganz kurz die Dusche. Hallo? Hab den Tisch nicht wieder aufgebaut. Ah, die sind dran. So. Damit haben wir ja alles. Sehr gut. Zuschüsse. Verwaltungszentrum. Zwei Büros. Finanzen müssen wir freischalten. Das schaffen wir. Das machen wir in nächster Zeit. Ähm. Gartenpflege. Haben wir jetzt auch. Okay. Sehr gut. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Gefangene. Mal gucken, wie lange es dauert, bis es komplett schief geht. Wahrscheinlich nicht lange. Hab auch noch keine Heizung und alles. Recht gehabt. So. Ja, ist ja gut. Reinigung ist gleich fertig. Achso, wir haben noch keinen Putzraum, ne? Na, kommen wir gleich erst mal. Jutsch. Jetzt wird's lustig. Oh, oh, oh. Da sind die Jungs. 41 Häftlinge kommen als nächstes durch. Dinge, Dinge, Dinge. So. Alle Türen sind jetzt zu. Und ich brauch mehr Personal. Sehr gut. Herzlich willkommen. Sie kommen nie wieder raus. Weißt du, was ich mal gerade mache? Irgendwie gefällt mir das nicht so gern. Oh, fuck. Falsche Tür. So. Nochmal. Das hier. So. Okay. Braucht man am Eingang keine Umzäunung? Da hier die Türen sind nicht. Aber du hast recht. Das könnte ich auch mal bauen. Mache ich jetzt auch. Ist richtig. Ja, du hast recht. Äh, warte. Du meinst wahrscheinlich sowas in die Richtung hier. Aha. So. Zu ist. Na, der muss jetzt noch abgerissen werden. Aber raus kommen die hier erstmal nicht. Essen wird schon gekocht. Sehr gut. Oh, Fog of War ist an. Tja, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Und ich hoffe, dass das Gefängnis überlebt, Alter. Vier Häftlingen können keine Zellen zugeteilt werden. Tür entriegeln. Warum das denn nicht? Äh, diese Einzel... Ah, es sind noch keine Einzelhaft... Scheiße. Ich hab die Einzelhaftzellen vergessen. Aha. Wir brauchen Einzelhaftzellen. Das ist richtig. Das ist absolut richtig, Spiel. Du hast recht. Wir haben keine Einzelhaftzellen. Bauen wir erstmal das hier aus. Ganz schnell. Und dann bauen wir die hier unten dran. Die müssen nämlich ein Einzelhaft, weil sie direkt Sachen mit reingeschleppt haben, die sie nicht hätten reinschleppen sollen. Was sehr, sehr unklever war. So, die bauen das aber jetzt hier. Das dauert jetzt noch ein klein bisschen. 40 Häftlinge, Alter. Okay. Ach so, ja, genau. Wir haben auch noch gar nicht das hier bearbeitet. Müssen wir auch noch machen. Ich setze das Essen normalerweise relativ früh. Dafür gibt's nachmittags nix. Dann machen wir erstmal Freizeit danach. Danach hätte ich gerne zwei Stunden im Hof rumgerannt. Danach ganz viel Arbeit. Zwei Stunden Freizeit, Essen und früh schlafen gehen. So sieht das bei mir normalerweise aus. Und diesen Plan halte ich eigentlich für ganz kompetent. So, die Tür können wir übrigens auch mal entriegeln. Da muss ja keine Sau durch. So, erstelle. Erstelle. Aha, geht doch. Ding. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt nämlich... Über Schnelles können wir einfach mal hier die Einzelzellen kurz dran klatschen. Die werden wahrscheinlich später nochmal woanders hinkommen. Keine Ahnung, ob wir so viele brauchen.